Das sind die Dächer einer großen Stadt. Darunter wohnen Jung und Alt, Gut und Böse. Dicht beieinander. Die erregende Atmosphäre einer Großstadt erleben sie mit unvorstellbarer Eindringlichkeit. In dem neuen Kurt-Ulrich-Film der Berolina Banktresor 713. Ein kleines Herz in einer großen Stadt ist so allein, ist so allein, weil es bis heute kein Herz gefunden hat, das mit ihm träumt vom glücklich sein. Licht und Schatten begegnen einander. Die große Liebe, der Traum vom Glück und die Gier nach dem Geld. Manche haben es, manche haben es nicht. Wir haben es nicht. Warum gehen wir nicht einfach rein und holen uns was? Ist doch gar nicht so schwer. Du gehst rein, machst diesen und dann auf Wiedersehen, Willi. Aus den Augen verloren? Das gibt's doch gar nicht. Wo war denn das? Woher kennen Sie den Mann? Äh, das ist mein Verlobter. Verlobter? Und da erheben Sie eine so schwere Anschuldigung gegen ihn? Banktresor 713. Ein aufsehenerregender Tatsachenbericht über einen sensationellen Bankeinbruch. Banktresor 713. Martin Heldt und Hardy Krüger sind die Hauptdarsteller. Dieses erinnert des erregenden Films, den Werner Klingler inszenierte. Sie erleben Nadja Tiller in einer großartigen Rolle. Eindrucksvoll wie immer Charles Renier. Eine bezaubernde Neuentdeckung. Helga Martin als Mannequin. Ein großer Film. Eine große Besetzung. Banktresor 713. Ein Film der Deutschen Filmhansa. Ein Erlebnis wartet auf Sie demnächst in diesem Theater. Banktresor.